k hallo ich bin wieder Alpeluka Willkommen zu meiner zweiten Folge Minecraft und ja ich logge mich jetzt hin ich hab keine Ahnung was jetzt passiert auch das Spiel hat sich aufgehangen nicht so schlimm würde ich sagen und okay und jetzt springen ab wo er in dem Spiel nicht mehr der letzten Folge schon mal gucken das Prozent Entschuldigung ich bin was er gehört hat aber ich hoffe dass stört euch nicht und ja ab dort im jungen hier die Sticks Kieler und wohl läuft es hier Ok Ich würde sagen, dann würde ich hier anfangen, jetzt weiterzumachen. Ich weiß einfach nicht was ich habe, aber ich finde es einfach so allein. Sorry, das System backt hier. Ich habe noch etwas. Ich unterbreche ganz kurz. Ich bin gleich wieder zurück. 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 Okay, ich bin jetzt wieder da. Sorry für die kurze Unterbrechung. Ich hatte vergessen, meine Maus anzuschließen. So, damit ich jetzt noch eine neue Spitzhacke bieten kann. Genau, wir waren dabei stehen, wie in der Schieb. Oh mein Gott. Also, da. Okay, Leute. Ich habe gerade festgestellt, dass wir nur noch eine letzte Fackel haben. Und hier gehen wir in Granite, weil so mich auf jeden Fall nicht. Wie ich schon erwähnt habe, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Wenn euch die Videos gefallen, wenn sie euch nicht gefallen, abonnieren. Schreibt in die Kommentare, was man verbessern könnte. Ja, und ja. Vergesst auch nicht den engen Werk zu abonnieren, der hier die letzte Folge mitgespielt hat. Das wäre sehr nett, danke. Und ja. Okay, wir brauchen Sticks. Ich bin nicht mal falsch. Genau, Sticks. Okay, Leute. Da. Da habe ich jetzt die Sticks. Und ja. Ich bin nicht falsch verblüht, diese Spiel. Ich komme, glaube ich davon, wenn man das so lange nicht mehr spielt. Und ja. Okay, warte. Wo ist da jetzt? Kuhle das ist so ich bin ich ja und nein ich glaube ich habe vergessen wie man die Frage macht das ist jetzt feindlich das ist jetzt feindlich ja ey das ist kommt mir nicht okay Leute ich bin ich jetzt viel zu blöd um eine Packung zu machen also kommt es gleich etwas dunkler werden so gut nimmst und wenn es genau das ist immer da um genau nur kommt der Konzern ich habe gesagt wenn er endlich die Füße in die Uhr schreibt einfach mal in die Kommentare die ich bestimmt den Werber auch an und ja die Mietung Hülspar um ich sehe gerade noch mal ein Stück Lerner mein Mikrofon ist immer noch kaputt also ich hoffe dass man das trotzdem machen etwas gut verstehen kann ja Prozent Prozent und und das war zu mega lange das ist schon recht abkauf es war ich weiß auch nicht warum aber es Papier ja was ist das eine kleine Höhle die Bühne auch bei der Kohle und das ist jetzt natürlich sehr gut das ist gut damit wir ein paar Levelzug kommen nach dem Markt und viel so dunkel ist ich habe es war noch nicht zu dunkel in der Aufnahme ein Tomiko eine Tomiko Leute so was muss man töten es bringt Level leistung und kommt so viel zum Beispiel ich weiß nicht von euch werden denken dass ich dumm bin weil sie einfach nur normale Kiel sind aber vielleicht sind da manche von euch dabei geht das immerhin und denken dass es wird zum Beispiel obwohl ich ganz normale Kiel sind Prozent Euro und der Einzige Schwierigkeitspunkt und der Stelle ist unsere Base-Bus zu finden was ja natürlich sehr gut wäre wenn wir es tun würden Sackgasser was nicht wirklich der Kinder wird wird mich umbringen dafür dass ich unsere heilige Base verloren Prozent und die Aura und wo muss man nicht so gut Kieler ich bin ein Tag Kieler und wenn ich die Aufnahme für heute die Schicksal ist der Kanal nicht zu abonnieren bei Leute die Aufnahmen werden ich weiß nicht was hier los ist